Und hier soll ich noch was ganz Wichtiges sagen. Also, der meistgemachte Fehler bei diesem Thema ist, dass die Menschen, also die, die Deutsch lernen, denken, dass die Artikel und die Adjektive... Hallo all zusammen, ich heiße Alex und ich bin Deutschlehrer schon seit 10 Jahren. Also, ein bisschen ausführlicher über mich selbst erzähle ich hier einen Link. Und von heute an werde ich verschiedene Videos aufnehmen, also Videos machen, für alle, die Deutsch lernen. Heute nehmen wir ein kompliziertes Thema. Viele meinen, dass dieses Thema kompliziert ist, ist aber nicht. Also, wir sprechen heute über die Wortendungen. Und zwar über die Wortendungen von Adjektiven. So allererste, was ihr wissen sollt, wenn ihr dieses Thema erlernen wollt. Zuerst müsst ihr die Artikel gut verstehen. Der Bruder. Akkusativ, das wird den Bruder. Dativ, das wird dem Bruder. Genitiv nehmen wir heute nicht, weil das eigentlich nicht so wichtig ist. Weiter. Das Kind. Akkusativ. Nichts ändert sich, das Kind. Und Dativ, dem Kind. Feminin. Die Tochter. Akkusativ. Nichts ändert sich, die Tochter. Und Dativ. Der Tochter. Also, dieses System müsst ihr ganz gut verstehen und ganz schnell sagen können. Wenn das schon okay ist, dann können wir weitergehen. Also, der Bruder. Wenn wir ein Adjektiv dazugeben, zum Beispiel, der starke Bruder. Das allererste, was ihr hier verstehen müsst. Es gibt einen unbestimmten und bestimmten Artikel. Und dieses System, in Nominativ, das ist allerwichtigste. Der starke Bruder oder ein starker Bruder. Wir müssen nur einmal er sagen. Entweder der starke Bruder, der, er ist hier, oder ein starker Bruder, er ist starker. Das gute Kind. Entweder es ist hier das gute Kind und Gute endet mit E oder ein gutes Kind. Es ist bei Gutes. Feminin. Eine schöne Schwester oder die schöne Schwester. Hier ist alles ganz leicht. Immer nur E sagen. Und jetzt gehen wir weiter. Akkusativ. Ihr müsst ganz aufmerksam sein. Starten wir mit Feminin. Also, die schöne Schwester oder eine schöne Schwester. Akkusativ. Nichts ändert sich. Zum Beispiel. Ich frage, ich frage wen, das ist Akkusativ. Ich frage die schöne Schwester oder ich frage eine schöne Schwester. Alles ist genauso. Neutrum. Das Kind oder ein schönes Kind. Akkusativ. Nichts ändert sich. Artikel ändert sich nicht. Und Adjektiv ändert sich auch nicht. Ich frage, ich frage wen, wieder Akkusativ. Ich frage ein schönes Kind oder ich frage das schöne Kind. Noch einmal es sagen. Also, und hier müssen wir endlich mal was ändern. Der starke Bruder. Das ist der Nominativ und Akkusativ. Ich frage den starken Bruder. Ich frage den starken Bruder. Gehen wir weiter. Dativ. Ich helfe wem. Das ist Dativ hier. Ich helfe dem starken Bruder. Ich helfe dem starken Bruder. Also, der Artikel bleibt genauso, wie er war. Wenn wir einfach sagen, ich helfe dem Bruder. Das ist Dativ. Und wenn wir ein Adjektiv dazugeben, ich helfe dem starken Bruder. Und hier sage ich das Einfachste. Also, Adjektiv im Dativ hat immer eine Endung E-N. Egal, ob das der Bruder ist oder die Schwester. Gehen wir weiter. Also, Ich helfe dem starken Bruder. Neutrum Ich helfe dem schönen Kind. Feminin Ich helfe der schönen Frau oder der schönen Schwester. Wenn wir einen unbestimmten Artikel nehmen, ist es genauso. Ich helfe einem starken Bruder. Ich helfe einem schönen Kind. Ich helfe einer schönen Frau. Einer schönen Schwester. Wenn ihr Fragen habt, dann kann ich die Fragen gerne beantworten. Also, einfach nur da unten in den Kommentaren fragen. Plural Hier ist was anderes. Also, einen unbestimmten Artikel gibt es nicht. Das müsst ihr schon wissen. Also, gute Freunde. Es gibt zwei Varianten. Entweder sagen wir das ohne Artikel. Gute Freunde. Dann gibt es Endung E. Also, wenn wir sagen Die Freunde. Wir haben E. Und wenn wir die wegwerfen, dann bleibt Gute. E bleibt wie bei Die. Gute Freunde. Nominativ. Aber, es gibt auch eine Möglichkeit zu sagen mit einem bestimmten Artikel. Die. Und dann bekommt Adjektiv-Wortendung E. E. Die. Guten Freunde. Akkusativ. Ich frage Gute Freunde. Nichts ändert sich. Oder Ich frage Die. Guten Freunde. E. Dativ. Ich helfe Guten Freunden. Also, das Wort selbst bekommt auch eine Endung Den guten Freunden oder guten Freunden. Dativ sagen wir immer nur N am Ende. Hier ist aber noch erwähnungswert, dass im Plural können wir auch sagen, zum Beispiel meine guten Freunde. In diesem Fall geht es genauso wie mit einem bestimmten Artikel. Die guten Freunde, meine oder deine oder ihre oder unsere guten Freunde. Akkusativ, ich frage meine guten Freunde, ich frage unsere guten Freunde, also nichts ändert sich im Vergleich zu Nominativ. Dativ, ich helfe meinen guten Freunden oder ich helfe unseren guten Freunden. Und wenn wir zurück zu unseren Wörtern gehen, wie der Bruder oder die Schwester, mit einem unbestimmten Artikel. Also Personalpronomen benehmen sich immer wie ein unbestimmter Artikel. Zum Beispiel Dativ, Muskulativ. Ich helfe einem guten Freund. Ich helfe meinem guten Freund. Ich helfe unserem guten Freund. Feminin, ich helfe einer schönen Frau. Ich helfe meiner schönen Frau. Das heißt eigentlich, dass das nicht einfach nur eine Frau ist, sondern das ist meine Frau. Das Wort Frau hat zwei Bedeutungen. Meine Ehefrau, also wir sind verheiratet, oder einfach eine Frau, so auf der Straße. So zwei Bedeutungen. Und nehmen wir ein anderes Wort. Die Schwester. Ich helfe meiner schönen Schwester. Zum Beispiel. Oder wir helfen unserer schönen Schwester. Wie gesagt, Genitiv nehmen wir heute nicht. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr solche Videos für nützlich halten, und ihr wollt mehr davon bekommen, Also gerne ein Like geben. Und eigentlich komme ich aus Russland. Und seit vielen Jahren mache ich diesen Kanal. Und ich habe früher nur Videos auf Russisch gemacht. Und jetzt ist mir eine Idee eingefallen. Also warum kann ich eigentlich das nicht auf Deutsch machen? Also ich werde das vielleicht besser als die Muttersprache erklären, weil ich eigentlich so langsam sprechen kann. Und weil ich selbst diese Sprache als Fremdsprache gelernt habe. Danke fürs Zuschauen und nochmal Like. Die Kommentare und die Fragen sind unten da. Ich werde alle Fragen gerne beantworten. Egal ob auf Englisch kann ich das auch machen. Oder so lieber auf Deutsch. Dankeschön. Tschüss. Und hier soll ich noch was ganz Wichtiges sagen. Also der meistgemachte Fehler bei diesem Thema ist, dass die Menschen, also die, die Deutsch lernen, denken, dass die Artikel und die Adjektive gleiche Änderungen haben. Also das sind zwei verschiedene Systeme. Und manchmal stimmen sie überein. Ich habe einen starken Bruder. Die Änderung ist genauso. Einen starken. Aber meistens sind die Systeme unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Dativ. Die Änderung von einem Adjektiv wird immer EN sein. Und das ist das Wichtigste zu verstehen. Also zuerst, wenn wir mit dem Thema anfangen, sollen wir das ganz unterschiedlich machen. Zuerst nur einen Artikel stellen. Also einen Artikel herausfinden. Richtig finden. Und dann getrennt die Änderung für das Adjektiv. Dann später, wenn wir das öfter machen, wenn wir viele Übungen machen, dann wird es ganz leicht. Und unser Gehirn macht das automatisch ganz schnell und richtig. Bis zum nächsten Mal.